So, wo ist das jetzt hier? Unauffällige Truhe. Ich habe die Sachen eine unauffällige Truhe getan. Ich hole das Spiel wieder. Das können wir ignorieren. Da ist nichts drin. Da ist noch ein geparkter Rucksack. Ich habe ein Rucksack in einem verlassenen Haus geparkt. Na ja. Gut, keine Menschenzüge. War das hier nochmal? Eine Truhe, ne? Ich habe die Schmerz, ich habe die Schmerz. Ich habe die Schmerz. Habe ich doch gespeichert? Ich habe immer noch auf Speichern gedrückt. So, bevor ich mich jetzt da hochgebe, muss ich erst mal nachschauen. Kann losgehen. So, jetzt soll hier irgendwo eine Truge sein, ja? Ich habe aber nicht gelesen, dass ich das jetzt auch holen. Hallo? Hier? Nee, hier ist ein Tor. Hier? Das stimmt, wo du unten. Aber da komme ich nicht durch, das ist auch. Hm? Ja. Ich suche eigentlich nur Zugang zu Toren. Ich will mich eigentlich gar nicht mit euch mitteln, ne? Wieso liegt denn hier so viel? Meine Ruhe. Wie hier? Ist da draußen, ne? Okay, hier ist es nicht so. Nee, dann muss ich da irgendwie anders sehen. Komm, ich zieh nochmal aus. Da, 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 da wollte ich gleich nicht. Was ist das? Hinten kam ich ja mit einer Leiter, ne? Oh, da komme ich ja auch nicht. Muss ich bloß durchs Fenster springen? Ich glaube, ob ich hier vorne irgendwie rauskomme. Was ist da mal so für eine Scheiße? Ah, da fängt ich ja mit dem Boot an. Okay. Ja, hier wäre er dann schon das nächste Schätzchen. Was ist das? Rucksam. Ich versuche jetzt nochmal hier vorne hinzukommen. Da wäre er in die Tür. Hier ist... Ich muss auf jeden Fall nach draußen, ne? Da wäre ich bestimmt gegen. Nein. Dann gehe ich erstmal das da. Das ist eine Hunde. Das kann man bestimmt hier drin holen, oder? Gibt es hier überhaupt eine Tüchter? Ja, hier auch. Okay. Toll. Jeder nur mit. Wo ist der Rucksack? Ich habe den Rucksack im Gebäude versteckt. Die Tür muss ja auch immer halt zu sein müssen, ne? adorable. iesz. was sagt ihr was sagt ihr schatz hier packen das zeug in den c wenn einem unauffähigen platz die soldaten kommen ja die soldaten kommen wenn nicht heute dann morgen sie werden alles auf mich nur nicht lange suchen die wertvollsten sagen können also mir war es ist ja ich brauche mehr medikits hätte ich gedacht dass hier so viel radioaktiv aber die wollte sich mit rumschleppen weil ich ich brauche hier eine wagenladung wo bin ich hier jetzt reingesprungen ach ne leute hier oben Ich habe keine Lust gehabt. Das ist ja eh gekommen. Aber da kann ich mich doch drunter drücken, oder? Da dürfte ich. Aber da auskündigt doch, ne? Wieso will ich kommen? Da lässt nichts drin, ne? Kann ich hier lang? So, Tür bitte, geh auf! Wer baut denn sowas und macht da keine Leiter hin? Da kann doch jeder einplumpsen! Mann! Ja, scheiße! Wenn da aber eine Kiste ist, ne? Muss es hier auch einen Ausweg geben. Ist ja bestimmt eine Versteckliste. Na, was soll ich da jetzt nicht? War ich in der Süffe hier schon mal drin? Da hinten ist ein Rohr auf jeden Fall. Ich will es auch nicht schnell speichern. Am Ende komme ich hier nicht raus. Erstmal was essen. Wenn ich jetzt hier, ne? Wenn ich jetzt schon in der Süffe drin bin, kann ich mich hier umgucken. Was soll ich denn wieder nicht rumholen? Oh, wie viel hast du? Ach ne, hier ist der Eingang von... von da hinten. Wo ist das denn? 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 Da war ich da auch schon mal drin, ne? Da bin ich mich schon mal umgelaufen. Guck mal. Komm ich hier rum. So. Fast geschafft. So. Ich sehe da noch jemanden. Hallo, ich habe mich gesehen. So. Jetzt mal schnell speichern. Okay, jetzt muss ich jetzt gehe ich mal den Schatz zu suchen. Guck mal, hier haben sie Leitern hinten gemacht. So, was soll das hier sein? Ich habe den Rucksack in einem verlassenen Haus geparkt. Okay. In einem verlassenen Haus. Innen, in einem. Rucksack. Warte mal, da kann man noch mal irgendwo hin? Schießt einfach auf mich. Was ist das nicht? Aha, ist sowas drin. Aber nicht sehr wertvoll. So, und jetzt da war nichts. Den hatten wir gefunden, da war nichts drin. Und das wird nicht angezeigt. Das werde ich speichern, bevor es den wieder aufspürzt. Dann könnte ich nicht mehr hier, die bitte. Oh, ne? Guck mal, ob der Munitionsfischer. Da ist immer diese Stimme von denen, die haben da. Oh, Medikett. Sehr schön. Sag mal, es ist genug. So, ähm, hier war dieser Rucksack. Da ist nichts drin. Okay. Dann gehe ich mal nach vorne hin. Als ich hier lang bin. Unauffällige Truhe. Ach, das wird da. Das war irgendwie dazwischen, ne? Zwischen den Häusern, glaube ich. In diesen Richtung lenken. Da unten kommen wir nicht lang. Ich muss irgendwie hier rein kommen. Gelegt der bestimmt hier. Da ist es zu, glaube ich. Da muss ich hier. Ne. Kann man hier gerade nach außen einfach durchlaufen? Ist hier vielleicht hinten offen. Ich stehe mal dran. Ich will jetzt nicht mehr da irgendwo rumlaufen. Ich will mich da durchquetschen. Ich glaube nicht, ne? Da muss ich doch durch das Gebäude. Ne, darunter bin ich nicht noch mal. Nee, leider nicht. Geh. Da muss ich jetzt hier den Weg kommen, ne? Ich bin da einfach mal wie du mich nennst. Kann man hier einfach da vorne das Tor aufmachen? Kann man hier nicht einen Wanddurchbruch machen? Oh, hier ist noch ein Tor. Mach da einfach ein paar. Das wird mir so einfach. Ne. Komm schon jetzt. Das muss ich nicht einfach. Hier. Nee. Das war's. Hier will ich nicht hin, hier hin, hier will ich hin, da in die Richtung. Hier will ich hin. 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 Hier ist auch viel drin drauf. Was waren die Granaten? Durch zwei? Warum? Warum? Was muss ich denn tun? Ich versteh, wie sie schnell erfolgen. Hinterm Bild. Na egal. Du gehst ja den ganzen Mund durch die Türen und kannst es nicht haben. Tja! Die Gäste. Ich habe nur den ganzen Mund durch die Türen und ich kann mich nicht mehr richten. Hier kommen wir hier. Ja? Ja, was war es? Ja, was war es? Was war es? Was war es? Ja, was war es? So. Ah, das ist hier. Okay. Könnte ich doch kurz mal nach vorne kommen. So. Hier soll was sein. Hier hat jemand was versteckt. Hier ist nix. Runde. Was? Meine Truhe finden sie nie. Da ist bestimmt auch wieder nur Schock drin, ne? So. 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 Das denn jetzt? So. 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 Vielleicht komm ich... Vielleicht noch hochkackst du irgendwie? Hier ist ne Leide. Kann ich über die Leide? Meine Back ist hier fest, ne? Nee, ich glaub ich lass ihn. Ja egal, dann muss er ja nicht alles nehmen. Okay, dann werd ich jetzt hier runter. Das hab ich auch nicht gefunden. War da sehr gut versteckte eine her. Bin ich jetzt hier runter. Hier soll ja auch noch irgendeiner sein, der irgendwann verkaufen soll, ne? Eine Waffe. Ach, genau. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. jedem宣. Whoa... Teamwork! Ach, die denn da? Ach, die denn da? Ach, die denn da? Okay.